Hallo und herzlich willkommen bei ls22tutorials.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Grundlagen-Tutorial, in dem es um Mods geht. Modifikationen für das Spiel LS22. Es ist so, dass dieses Spiel durch Modifikationen erweitert wird, vergrößert wird. Es gibt neue Geräte, es gibt Skriptmods, es gibt neue Karten, die ihr spielen könnt und so weiter. Also da gibt es eine riesige Welt und je länger der LS22 am Markt ist, desto mehr Modifikationen gibt es, desto mehr könnt ihr von dieser Welt partizipieren. Also Grundlagen, das heißt in diesem Video erfahrt ihr grundsätzlich, wie ihr einen Mod installiert, wo ihr einen Mod herbekommt und welche Alternativen es womöglich noch gibt. Der erste Teil richtet sich an PC-Spieler, Konsolenspieler und Mac-Spieler, das ist für euch alle gleich. Der zweite Teil richtet sich an PC-Spieler, weil ihr etwas mehr Kontrolle über die Sachen habt und auch noch andere Wege habt, um Mods zu bekommen. Schauen wir mal da rein. Wir befinden uns hier gerade natürlich in der Startbildschirm vom Farming Simulator 22. Und wenn ich die Karriere jetzt starte, dann habe ich derzeit keinen Mod drin, weil in meinem Mod-Ordner eben sich nichts befindet. Es gibt aber den Bereich herunterladbare Inhalte. Und in diesem Bereich finden eben alle Spieler des LS22 Mods, die sie herunterladen können. Da gibt es natürlich hier im ersten Bereich die Traktoren. Also das ist das, was im Moment im Mod-Hub zur Verfügung steht. Wenn wir von Mod-Hub sprechen, sprechen wir immer von dem Mod-Bereich, den Giants zur Verfügung stellt. Da sind die Mods getestet, da sind die Mods einmal durchgespielt. Die können immer noch Fehler enthalten, weil sie nicht von Giants direkt bekommen. Aber da könnt ihr sicher sein, dass ihr schon eine sehr gute Qualität bekommt, weil die diverse Qualitätskriterien erfüllen müssen. Und hier habt ihr natürlich erstmal die Kategorien. Aber lasst uns doch mal gucken, welche Mods wir im Moment haben. Hier gibt es gerade die installierten Mods. Und das ist lediglich dieses eine, weil das so ein Download-Content war. Das ist der klar Saddle Truck, den habe ich installiert. Aber ansonsten derzeit tatsächlich mein Mod-Verzeichnis leer. Ja, ansonsten gibt es hier noch Updates, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Also hier gibt es einige Kategorisierungen, Downloads, die DLCs. Und natürlich gibt es hier noch so ein Extra-Content. Aber dann habt ihr einfach nur noch die Bewertungskategorien. Das muss euch aber im Moment nicht interessieren. Unser Mod-Verzeichnis ist grundsätzlich erstmal leer, eben bis auf dieses DLC. Und dann könnt ihr hier was Neues nachleihen. Jetzt ist es so, dass im Grundspiel drei Radlader vorhanden sind. Das sind eben die drei Radlader von Klaas. Aber es gibt hier noch einen weiteren, den New Holland W190D. Den möchte ich jetzt hinzufügen. Auch da mache ich nochmal einen Doppelklick oder eben, wie es mit der Konsole ist, auf A drücken. Also was ihr gerade eben braucht, um was auszulösen. Geht in dieses Menü rein und dann könnt ihr hier unten links, gibt es die Möglichkeit zu installieren. Ich mache das mal. Wurde der Download-Seite hinzugefügt? Dann können wir das auch hier entsprechend... Ach, da ist er schon durch womöglich. Dann gehen wir mal in die installierten Mods. Und da liegt er auch schon 100%. Also das kann je nach Internetleitung ein bisschen dauern. Aber hier ist er eben drin. So. Es wurden Mods vollständig heruntergeladen. Um diese zu installieren, muss das Spiel neu gestartet werden. Jetzt neu starten. Ja. Das kann je nach Plattform natürlich etwas variieren. Das Spiel ist schon neu gestartet. So schnell geht das. Und jetzt kann ich im Spiel eben das verwenden. Ich nehme mal einen leeren Spielstand. Und dann kann ich euch das sofort zeigen. Dann wird hier tatsächlich abgefragt, welche Mods möchte ich denn mitnehmen. Und dann kann ich die einzeln auswählen. Ich kann den jetzt hier abwählen oder auch anwählen. Ich kann alle abwählen, alle auswählen, wie eben mir das beliebt. Und da seht ihr aber auch schon, der ist entsprechend da. Wir starten es trotzdem mal um. Der Sicherheit halber, dass er dann auch wirklich im Shop zu finden ist. In der Regel ist es so, im Farming Simulator 22, dass die Mods, die ihr hinzufügt, hinter den Mods eingereiht werden, die der normalen Kategorie entsprechen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich in die Radlader gehen, dann werden die Grundradlader des Spiels vorne angezeigt und der zusätzliche eben hinten. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil ich diesen Spielstand zum ersten Mal starte. Währenddessen kann ich schon mal sagen, dass der... Also es ist wirklich nicht schwerer. Das ist die Möglichkeit. Wir können uns gleich nochmal angucken, wie ihr aus dem Mod-Hub von Giants als PC-Spieler die Mods nochmal extra herausbekommt, ohne die jetzt hier im Spiel installieren zu müssen. Zu müssen, in Anführungszeichen. Für die Konsolenspieler und die wird es halt, ist es auf diesen Mod-Hub beschränkt. Ihr könnt halt wirklich aus diesem Mod-Hub heraus Mods laden und kriegt auch nur die angezeigt, die ihr dort runterladen könnt. Bei den Mac-Spielen kann ich nicht genau sagen. Ich gehe aber davon aus, dass auch ihr anderweitig noch Mods bekommen könnt. Dann müsst ihr halt suchen, wo euer Mod-Ordner ist. Also ihr könnt ein bisschen dranbleiben und gucken, wie es beim PC funktioniert. Dann werdet ihr im Folgenden sehen, wie das auch... Da müsst ihr halt einmal rausfinden, wo euer... Na, müssen wir mal eben aussuchen. Wo euer Mod-Ordner ist und ich denke, da könnt ihr den dann auch entsprechend reinlegen. Nein, an die Tour will ich gerade nicht. Ich möchte doch nur in den Shop. So, also ich habe den Shop aufgerufen. Und da gibt es eben die Kategorie Radlader. Und da seht ihr, jetzt habe ich tatsächlich diesen New Holland. Und da unten steht rechts in der Ecke auch schon so ein kleines Mod. Das bedeutet eben, dass das ein zusätzlicher Mod ist, den ich heruntergeladen habe und den ich nutzen kann. Ja, und Kombinationen, ihr seht, der ist so vorbereitet, dass der auch die Kombinationen hat und die ganzen Anbaugeräte von den Radladern verwenden kann. Das heißt, der hat keine eigenen Schaufeln mitgebracht, sondern das sind alles die Standardgeräte. Könnt ihr aber genauso gut da ranpacken. So, das soll es eigentlich zum Thema In-Game gewesen sein. Ich werde das Spiel einfach mal eben beenden. So, und jetzt seht ihr auch schon, das hier ist mein Mod-Ordner auf meinem Rechner. Den findet ihr auf dem PC üblicherweise in dem Bereich Dokumente My Games Farm Simulator 22 Mods. Das ist ein Ordner, der ist bei euch, wenn ihr damit startet, leer. Ja, jetzt liegt hier, weil ich den eben installiert habe, schon ein Mod drin, eine ZIP-Datei. Wenn ihr mit Freunden zusammenspielen wollt, könnt ihr genau diese ZIP-Datei einfach an die Freunde weitergeben. Die können die bei sich in den Mod-Ordner legen und dann könnt ihr spielen. Ihr braucht also das gleiche Mod-Set, um das spielen zu können. Wenn der Mod im Spiel aktiviert ist, müssen auch eure Freunde das haben. So, jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit eben, da ranzukommen. Und dafür rufe ich mal eine Webseite auf. Die übliche Webseite ist farming-simulator.com. Wir geben das mal eben hier ein, wenn ich in die News. So, und da seht ihr schon, das ist die übliche Seite des Landwirtschaftssimulators. Und da gibt es unter anderem einen Menüpunkt Mods. Und hier findet ihr die Mods, die derzeit angeboten werden. Das ist, weil wir frühzeitig im Farming-Simulator sind, sind das noch relativ wenige. Beim 19er waren das nachher wirklich, also hunderte von Seiten, würde ich schon fast sagen, die da gelaufen sind. Also, urviele Mods, die da drin sind. Jetzt seht ihr hier, das ist dieser Radlader, den wir auch runtergeladen haben. Den könnte ich jetzt hier nochmal runterladen. Das ist aber der gleiche, den ich auf der Platte schon habe. Ich möchte aber zum Beispiel, ähm, ja, lasst uns doch mal hier diese Player-Action-Kamera nehmen. Gucken wir mal, was die kann. Das ist ein Skript-Mod. Und dieser Skript-Mod sagt hier, ermöglicht ihr das Sichtfeld per Maus zu bewegen und anzupassen. Das Mausrad-Bad plus die Spielerhöhe. Das heißt, mit dem Mausrad könnt ihr dann hoch aus diesem Feld raus. Ähm, okay. Und wir können sogar ran zoomen. Oh, das gucken wir uns doch mal an. Das ist doch ein spannender Mod, den wir auch mal testen können. Wir haben ja jetzt schon einen Geräte-Mod und jetzt möchten wir mal einen Skript-Mod haben. Ich lade den herunter. Und dann kommt der in meinem Download-Ordner als ZIP-Datei an. Das seht ihr hier, dieser PC-Downloads, üblicherweise da eben, wo eure Downloads üblicherweise liegen. Jetzt kann ich den hier ausschneiden. Ich mache mir die Seite mal wieder kleiner. Ich schiebe den jetzt von dem Download-Verzeichnis eben in den Mod-Ordner. Den müsst ihr, wie gesagt, einmal aufrufen. Und jetzt habe ich da zwei Mods drin liegen. Starte mal den LS22. Ja, clevererweise hätte ich jetzt gerade das Safe-Game einmal gespeichert, damit es schneller geht. Aber gut. Wir starten wieder ein neues Safe-Game. Das ist übrigens nicht nötig. Ihr könnt auch bei bestehenden Safe-Games euer Spiel starten und neue Mods reinlegen. Die bekommt ihr dann entsprechend angezeigt, wenn ihr das Spiel hier startet. Neuer Farmer. Ja, ist ja egal. So, Elm Creek wählen wir aus. Dann haben wir hier schon ein neues Tool, eben einen neuen Mod. Achtet darauf bitte, dass der wirklich auch aktiviert ist. Player, Action, Kamera. So, und dann hoffen wir mal, dass das jetzt einigermaßen zügig geht. Also, wie gesagt, Farming zum Leute, das ist der gleiche Weg. Ihr könnt das auch direkt hier im Spiel machen. Ihr könnt die auch hier im Spiel runterladen. Oder wenn ihr auf der Webseite seid, eben diese SIP-Datei runterladen und eben bei euch in den Mod-Ordner legen. Da gibt es eben keinen Unterschied. Das ist für das Spiel irrelevant. Das ist nachher das Gleiche. So, nein, keine Willkommens-Tour. Nein, weiß ich alles. So. Und jetzt haben wir natürlich nichts im Shop, sondern wir müssen die Anweisung folgen, die der Mod uns eben gesagt hat. Ich kann hier jetzt mit dem Mausrad hochdrehen und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, kann ich eben dann auch noch ranzoomen, also so einen Adlerblick oder rauszoomen. Das ist doch eine schöne, ja, ist doch ein schöner Mod. Also, das geht grundsätzlich natürlich nicht. Wenn ich auf das Mausrad draufdrücke, komme ich raus. Also, ein kleiner schöner Mod, der uns hilft, mal die Übersicht zu behalten, würde ich sagen. Player, Action, Kamera. Ja, das aber nur nebenbei. Das ist für das Installieren von Mods natürlich irrelevant. Das braucht euch nicht so, also, wie der Mod hier funktioniert. Jetzt gibt es aber natürlich noch eine weitere Möglichkeit, an Mods heranzukommen und es gibt aber auch Sachen, auf die ihr achten müsst, die ihr nicht tun solltet. Und zwar gibt es Modder, die nicht im Mod-Hub einreichen, weil vielleicht irgendein Qualitätsstandard nicht funktioniert oder weil das sehr umständlich ist, da Mods einzureichen und weil die lange dauern oder weil die eben kompatibel zu Konsolen sein müssen. Da sagen sich PC-Moder oftmals, ich mache das einfach so und ich brauche das alles gar nicht im Mod-Hub. Die Qualitätsstandards, das muss nicht sein. Und da gibt es tatsächlich, jetzt sagt ihr, nee, ich möchte aber vielleicht immer die qualitativ hochwertigen haben. Es gibt durchaus sehr qualitativ hochwertige Mods, die nicht im Mod-Hub zu finden sind. Aus verschiedenen Gründen. Es kann ja sogar sein, dass irgendeine Marke draufsteht, die Giants nicht durchlässt im Mod-Hub. Also, alles denkbar. Von daher sollten wir da nochmal ein Auge drauf werfen. So. Dann gibt es allerdings relativ viel. Wenn ich eingebe LS22 Mods in der Google-Suche, dann bekommen wir hier eine ganze Menge und da sind wir schon bei der ersten Seite. Es gibt natürlich Mod-Vorstellungen hier. Farming Simulator 22 Mods, LS Portal EU, Forbidden Mods. Da sind so ein paar seriöse Seiten bei, aber es sind auch so, ja, Seiten dabei, wo ihr wirklich mit Werbung überschüttet werdet, wo ihr ständig irgendwelche Banner wegklicken müsst, wo ihr auf Schmuddel-Seiten kommt. Da müsst ihr halt wirklich ein bisschen aufpassen. Wenn ihr nicht so firm seid mit der Nutzung, dann nehmt bitte nur Mod-Seiten, die euch empfohlen werden. Da könnt ihr in diversen Foren nachfragen, da könnt ihr bei Giants im Forum nachfragen, welche Mod-Seiten können andere Spieler empfehlen. Giants kann natürlich keine anderen Mod-Seiten empfehlen, aber da gibt es natürlich einige. Ich arbeite mit dem Hot Online Team zusammen. Das ist hot-hq.de und die Seite, da bekommt man auch Mods. Die haben jetzt gerade das Winter Theme hier angemacht und deswegen gestaltet es hier so ein bisschen. Hier gibt es die Filebase oben. Dafür, um die nutzen zu können, muss man sich einmal kostenlos registrieren. In dem Fall ist es wirklich, also ich kann das sehr guten Gewissens empfehlen, diese Webseite, weil man sich eben hier nur kostenlos registrieren muss und auch nicht mit Werbung eben zugepflastert wird, sondern man kann seine Mods dann nach sofort herunterladen. Und ihr seht schon hier, in der Filebase laufen schon einige Mods durch. Hier gibt es dann entsprechenden Slider. Da gibt es sogar hier den Deutz von der MH Edition. Das ist eben die Mario Hirschfeld Edition. Und ihr findet diese Kategorien hier auch nochmal runter. Also es gibt hier Maps, Mod-Packs. Aber ihr seht, auch hier für den LS22 noch sehr übersichtlich. Das hier müsst ihr aufpassen. Das ist zum Beispiel kein Mod, sondern das ist eine Installationsdatei. Also lest euch so ein bisschen durch, was es dazu gibt. Aber wir suchen uns doch mal einen Mod. Also LS22 Hip Mods, das sind die Hirschfeld Important Person Mods. Die bekommt, könnt ihr entsprechend hier raussuchen. Da wird es auch in Zukunft noch weitere geben, die dazukommen. Hier gibt es ein Silo, aus dem ihr alle Sachen kaufen könnt. So dass, falls es irgendwas auf der Karte gibt, was ihr gerade braucht und nicht habt. Ja, und hier gibt es noch alles 19 Mods. Also wenn ihr weiter runter scrollt, kriegt ihr für den Landwirtschaftssimulator 19 die Mods. Aber wir wollen das auch jetzt mal austesten. Fahrzeuge und Maschinen von Hip. Da gibt es schon zwei. Es gibt einen 9er Deutz, den es eben so noch nicht mehr im Spiel gab. Und einen 8er Deutz. Wir ziehen uns doch jetzt mal den 8er Deutz, den in der Custom Variante. Dann rufe ich den auf. Dann kann ich mir das hier noch angucken. Da gibt es ja noch Screenshots, wie man den eben umbauen kann. Ich sehe, da ist eine entsprechende Farbwahl drin. Und eine erweiterte Mode-Konfiguration steht hier drin. Ist natürlich noch sehr früh. Deswegen gibt es noch keine riesigen Benefits, außer eben der Farbwahl und der Moto-Konfiguration. Auch den herunterladen. Dann kommt der in meinen Download-Ordner. Nichts anderes als auf der Farbungsimulator.com-Seite. Dann schneide ich mir den mal aus und lege den auch wieder hier rein. Ja, und jetzt habe ich hier einen Deutz drin, den New Holland und die Player Action Kamera. Und auch das probieren wir nochmal aus. Wie gesagt, es gibt ganz viele, das sind sogenannte Mod-Klau-Seiten. Wenn ihr davon schon mal gehört habt, von Mod-Klau-Seiten oder von dem Namen, dann wisst ihr jetzt, was ich meine. Es ist so, dass die einfach nur Mods von allen Seiten, sogar von der Farbwahl-Konfiguration-Seite, die Mods zusammenziehen. Die laden die herunter, um Werbung auf ihren Seiten auszuspielen und um euch da eben die Klicks machen zu lassen. In der Regel zahlt ihr da nicht für. Auch sowas gibt es. Da ist übrigens der Deutz drin. Den starten wir jetzt mal. Auch sowas gibt es tatsächlich. Ihr müsst für Mods nicht bezahlen. Mods sind kostenlos. Sobald ihr dafür was bezahlen müsst, um die zu bekommen, ist das nicht mehr mit den Richtlinien von Giants vereinbar. Also bitte, zahlt nicht für Mods. Dafür gibt es eben den Mod-Hub. Da werden Modder zu einem bestimmten Anteil entlohnt für die Anzahl der Downloads, die der Mod bekommen hat. Da gibt es also eine kleine Vergütung von Giants dafür. Und jetzt wollen wir natürlich auch da gucken. Der Traktor unter mittelgroßen Traktoren hinten rechts. Das ist eben genau das. Das würdet ihr zum Beispiel, also dieses Brand hier, diese Real Senior Modding, das würdet ihr nicht sehen, wenn das aus dem Mod-Hub käme, weil die eben feste Marken verbaut haben und diese Brand nicht verändert haben möchten in der Variante. So, und hier gibt es dann die Möglichkeit, entsprechend den Mod ein wenig zu verändern. Könnt ihr so ein bisschen Farbwahl auswählen. Es gibt eine höhere Motor-Konfiguration mit deutlich mehr PS und ansonsten die üblichen Verdächtigen hier im Spiel. Felgenfarbe könnt ihr noch anpassen. Aber, wie gesagt, eine Modifikation, die ein bisschen mehr Farbe wortwörtlich ins Spiel bringt und mit der ihr entsprechend arbeiten könnt. So, das war grundsätzlich das Tutorial zum Thema Mods. Achtet ein bisschen auf die Seiten. Lasst euch Seiten empfehlen, wenn ihr unsicher seid, von welcher Seite ihr Mods runterladen könnt. Und ansonsten legt die in euren Mod-Ordner hinein. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird ein weiteres Tutorial geben zum Thema Mod-Ordner-Verwaltung. In dem Tutorial werden wir darüber sprechen, wie ich mehrere Mod-Ordner anlege, weil es eben sein kann, dass ich sage, ich habe jetzt ein Projekt, ich spiele das auf der Elm Creek mit dem und dem Modset und dann spiele ich eins auf der Eau-Belleron oder auf einer ganz anderen Karte. Und das sind unterschiedliche Modsets. Und ihr möchtet irgendwann nicht mehr 800 oder 400, 300, 200 Mods in einem Ordner liegen haben. Das hat auch mit Performance zu tun. Da kommen wir dann in einem weiterführenden Tutorial dazu. So lange, bis das da ist. Hoffe ich, könnt ihr mit diesem Ordner auskommen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß dabei. Lasst ein Däumchen unter dem Video da und einen netten Kommentar. Und dann viel Freude mit den ganzen Mods, die ihr da so findet. Alles Gute, bye bye und ade.